Hallo, ich zeige euch heute, wie ihr ein Video dreht. Es gibt drei Dinge, die ihr dafür einhalten müsst. Punkt 1, die Bildqualität. Sagen wir mal, ihr redet über einen Euro. Wie ihr sehen könnt, ist das Bild unscharf. Deswegen solltet ihr die Linse putzen. Wie ihr sehen könnt, ist die Bildqualität jetzt besser. Punkt 2, die Tonqualität. Ihr müsst immer darauf achten, dass ihr alleine seid, im Zimmer und Fenster und Türen geschlossen sind. Wenn ihr jetzt zum Beispiel über etwas redet und das klingt irgendwie so, dann versteht man euch ja gar nicht. Deswegen solltet ihr immer gucken, dass alles geschlossen ist und es leise ist. Punkt 3, ihr müsst darauf achten, dass ihr mit der Kamera nicht zu arg wackelt. Besorgt euch ein Stativ. Ich habe so eins. Die gibt es schon für 5 Euro bei Ebay oder sonst wo. Das könnt ihr aufstellen. Und ihr könnt auch hier die Größe verstellen. Und hier die Breite. Ihr könnt auch hier unter und hoch. Und so verwackelt das Bild nicht zu sehr. Viel Spaß beim Videodrehen. Ich habe hier Möglichkeit die Augenbesse verseln. Aber после der Grasenvangelium.